Hallo Leute, ich drehe heute einen Vlog beim Spazierengehen. Ich weiß nicht, ob das euch interessiert. Aber, naja, wenn nicht, dann könnt ihr ja wegschalten. Aber, ich drehe jetzt einen Vlog. So, da ist Blender. Und ich gehe jetzt noch mit meiner Spazierengehen spazieren. So Leute, wir sind jetzt im Park. Ihr könnt mein Outfit sehen. Also ich habe einfach eine Jackenschale. Ich finde das sieht mit den blauen Haaren voll schöner. Ich möchte mir sie auf jeden Fall nochmal nachtönen. Ich aktiviere die Kommentare. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es möchtet, dass ich ein Video dazu mache, wenn ich die Haare nochmal nachtöne. Weil die Farbe ist noch richtig gut. Weil ich habe meine Haare bis jetzt auch nur einmal gewaschen. Genau. Und was mir gerade noch einfällt. Ihr könnt mir in die Kommentare noch Video-Wünsche schreiben. Ja, bestimmte Wünsche, was für Videos ihr gerne von mir hättet. Weil ich habe noch ein paar Video-Ideen. Ich weiß noch, was ich für Videos drehen kann. Aber irgendwann mal gehen mir ja auch die Ideen aus. Wahrscheinlich. Und dann könnt ihr mir hinschreiben, was ihr für Video-Wünsche habt. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr ja mal vorbeischauen, ob meine Videos was für euch sind. Und ja, wir gehen jetzt erstmal weiter. Und hier sind irgendwie viele Menschen, aber egal. Möchtet場 Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Ich wollte noch was sagen, nämlich ich wollte ein Video hochladen, wo ich meinen ersten Tag von 2021 zeige. Und davor wollte ich aber eine Roomtour hochladen, weil die Roomtour habe ich gedreht, während ich auch das Video für den ersten Tag 2021 gedreht habe. Nur, jetzt muss ich das wieder neu bearbeiten, weil als ich bei der Roomtour halt was bearbeitet habe und es gespeichert habe, hat es nicht funktioniert. Dann muss ich alles wieder von vorne machen und deshalb wird wahrscheinlich das Video am ersten Tag von 2021 zuerst kommen. Vielleicht auch nicht. Egal, Hauptsache es werden sowieso beide Videos online kommen. Mal schauen. Wir sind jetzt auch wieder zu Hause. Und ja, in ihrer Winterjacke Maschette aufhören. So läuft es mir jetzt wieder zu Hause. Hallo.